Geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon! Komm schon! Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Wir hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Wow. Lara Croft, du bist meine Heldin! Nicht schlecht. Hey, hat Ray jetzt gerade tatsächlich gelächelt? Wir buchstabieren Hilfe mit Kokosnüssen. Benzin, Flammen. Ja, oder so. Das kriege ich hin. Ich fand meine Idee jetzt besser. Oh, je. Oui! Wenn das mal nicht weht hat. So kommt man definitiv runter. Das sieht ja schon nach Kampf aus irgendwie. Das sieht doch voll nach Kampf aus. Treibstofftanks. Verdammt. Ich war sicher, dass das geht. Ich hab jetzt auch... Ach, Menno. Ich dachte auch, man könnte einfach drauf schießen. Ja, schade. Hätte ja klappen können. Hä, wo zeigt er denn jetzt hin? Ach, ich muss doch noch irgendwas an den Treibstofftanks machen, oder? Achso. Ah, aufdrehen. Öh. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Okay, ohne Momente. Ich muss kurz. Zack. Ich bin ja nebenbei noch am Rendern, während ich spiele. Weg finden, Benzin anzuzünden. Nee, sollt an sich kein Ding sein. Wir brauchen halt nur eine Fackel. Hä? Ach, sie baut sich jetzt einfach eine. Feuerstahl? Okay. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, schnell weg! Da ist es! Oh, die stürzen doch bestimmt ab. Oh. Oh, fuck. Ach, du heilige. Oh mein Gott. Hast du mich erwischt? Nee. Oh, ich dachte, ich hab's jetzt nicht erwischt. Ach du. Oh Gott. Links. Äh. Ich will da links hoch. Dann halt nicht. Das war aber mein Plan. Äh. Weg. Oh man. Oh man. Der Pilot. Ich muss zu ihm. Hä? Okay. Okay, wir müssen den Piloten retten. Ich hab gar keinen Bock zu balancieren. Ich nehm den oberen Weg hier. Okay. Weiter, weiter. Oh, aah. Oh, bitte erwisch das Trapez. Dankeschön. Oder Dieb. Was ist denn das überhaupt für ein Teil? Ich kenn mich mit den ganzen Dinger da nicht aus. So eine japanische Einrichtung, ne? Ich glaub, wir haben das gar nicht so häufig. So eine Art Flagge, die aber nach unten hängt. Eieieiei. Wer schießt? Hilfe ihn doch. Ach du Spaß. Sarah, bist du da? Wieso hast du ihn nicht ge... Oh, wow. Wieso... Wir hätten den Typen einfach erschießen können, dann würde der Pilot noch leben. Hä? Ah, bevor ich zum Piloten gehe. Gib mir das. Oh, wow. Tut mir echt leid. Vor allem, weil sie nicht geschossen hat. Sie hätte nur schießen müssen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Und jetzt sind sie tot, ja. Manchmal ist ihre Stimme ein bisschen unpassend. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kann aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich hab den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Ich glaube, jeder hat das Flugzeug abstürzen sehen. Bin unterwegs. Oh wow. Hier drüben! Kannst du schie... Ah! Das ist viel zu kompliziert für mich. Ich kann so nicht schießen. Oh Gott. Hä? Was hab ich mir jetzt gebaut? Ah ja! Ah! Mal komm! Ah! Fuck! Der Kerl wieder mit seinem dämlichen Molotov da. Die gehen mir so auf die Nerven. Ungelogen. Die mag ich mal überhaupt nicht. Ja, ich hab's... Ja, ich hab's... mhm. Gut. Alter! Schwede! Wie viel Blut spritzt mir da ins Gesicht, bitte? Wie soll ich denn da irgendwas treffen? Der lebt aber immer... Es muss einen Weg nach oben geben. Ja, klar. Äh... Kein Plan. Wahrscheinlich so. Kann ich mich da... Ich glaube nicht, dass ich mich daran festhalten kann, oder? Ah! Ach, dadurch hätte ich die ausschalten können. Okay. Äh... Ha! Ich rate, oder komm ich da so ran? Nee, okay, bin tot. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hm. Irgendwas muss ich ja hier mitmachen können, logischerweise. Aber ich weiß nicht, kann ich mich daran vielleicht festhalten? Kann ich irgendwie ranspringen und dann... Kann ich aber auch nicht. Was denn da halt? Ha! Sonst noch irgendwas? Hier vielleicht... Hier ist irgendein... Schätzchen! Gut. Das kann ich gebrauchen. Aber ansonsten... Bin ich... Ein klein wenig... Überfordert. Ah, ja. Also geht's doch so, wie ich's von Anfang an geplant hab. Warum sagt man mir das nicht? So. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Okay. Ah, ja. Hm. Aber ich hab immer endlich viel von den Dingern... Ja, okay. Gut. Gut, gut, gut. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, Pfeile. Hab ich voll. Okay. Wow. Das ist ne gebrechliche Tür gewesen. Okay. Nein, er rutscht. Ich hab das Gefühl, hier kommt gleich einer um die Ecke. Oh. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Wie hast du's so schnell hierher geschafft? Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich hab sie hergerufen. Hey. Wir finden's. Mayday, Mayday. Hier kommt ihr Luzesop von 50N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entfindet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss... Das ist ein Signal. Doch. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich geh jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein. Das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich hab entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Während er kaum los spricht. Ja, hauptsache dem hilfst du diesmal auch. Und du guckst nicht zu, wie er erstochen wird. Ähm. Kann ich hier einfach runter? Ach. Ja, ich sehe schon. Ich bin dumm, ok. Wie? Oh Gott, helft! Oh, fuck, ihr habt mich gesehen. Warum seht ihr mich? Was, wieso lebst du? Mann, der lebte noch. Verdammt. Was ist eigentlich, wenn ich mich ganz hier hinstelle? Was macht sie dann? Ah, okay. Also ich muss wirklich hier dran stehen, damit sie... Ey. Wer schreibt mich jetzt bei Facebook? Bei Facebook. Ach so, okay, alles klar. Ja, gut, ein Kumpel hat mir geschrieben. Der, ja. Hat gerade eine, eine... Bahn brechende Geschäftsidee. Kann ich eigentlich den Typ einfach so erschießen? Ja, wenn ich ihn treffen würde. Warte mal. Ich kann doch bestimmt... Nein, das wollte ich gar nicht... Ich wollte das nicht machen. Ich wollte ihn doch nur schubsen. Ach, das ist doch... Ich wollte ihn doch nur schubsen. Ich wollte ihn nicht... Warte mal, ich kann mit B auch die Deckungen wechseln. Hallo? Ah, falscher Pfeil. Nein, ich baller hier meine Pfeile, ey. Wie schnell rennst du bitte? Das war jetzt nicht unbedingt grazil, so wie ich es geplant habe, aber es hat geklappt. Ein Häschen. Schweihäs. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art. Stark gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen wir hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen ihn zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Haltet diesen Kanal frei. Überlebensinstinkte. Ja, habe ich schon gesehen, aber... Was leuchtet denn da oben? Ach, das ist einfach nur ein Dings, oder wie? Ah ja. Auch nicht schlecht. Aber was muss ich jetzt so genau... Was bringt mir das aber? Was soll's? Da oben. So. Schnurstracks. Ich hoffe mal, der wundert sich nicht, warum... ... sein Kumpel nicht mehr antwortet. Das war das letzte, was du tust. Hup. Diese... 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 Geheim-Kills sind ja irgendwie echt cool. Ich möchte ganz gerne irgendwie runterkommen, weil da... Naja, gut, egal. Da war noch was zum Einsammeln, aber... Ach, das ist so ein geheimes Grab, oder wie? Ah ja. Ich bin ja jetzt fast versuch... Nee. Das mache ich irgendwann, wenn ich nicht aufnehme. Wenn ich das Spiel nochmal durchspiele, dann... ... mache ich die ganzen Gräber und so. Oh. Da hinten muss ich hin, ja? Okay, ich habe jetzt einen besseren Bogen, oder wie? Da. So. Was ist das? Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ah ja. So was interessiert mich irgendwie mal nicht. Tut mir leid, also wenn euch das interessiert... ... dann... ... äh... ... könnt ihr es mal lesen, wenn ihr möchtet, aber... ... ich kann damit nicht so viel anfangen, weil mich so eine Background-Story... Oh oh. Oh oh. Komm, schnell, 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 schnell. Oh oh. Oh oh. Na Gott sei Dank habe ich hier unseren... ... als als beliebten Freund Mr... ... Mr. Kampfwax. Wo ist der hin?